Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Die außergewöhnliche Kurvenstabilität dieses Hochleistungsreifens hat schon ganz andere aus der Fassung gebracht. Und seine exzellente Bodenhaftung, selbst bei Nässe, ist einfach umwerfend. Der Igel NCT2 von Godier, Reifentechnologie, die neugierig macht. Es war wie ein Geschenk des Sommers. Sie ging mir nicht aus dem Kopf, wie unbeschwert sie war. Und sie hatte diese Vorliebe für Raffaello. Den weißen Genuss ohne Schokolade. Eine raffinierte Art, Süßes zu genießen. Ohne Schokolade. Das reizte mich. Ich musste sie wiedersehen. Raffaello, weiß und unbeschwert, als ob der Sommer nie zu Ende geht. Spar präsentiert Steve und Jack. Hi Jack. Hi Steve. Jack, was sagt eine glückliche Katze? Miau. Jack, und was sagt eine glückliche Katze, die gestreichelt wird? Miau. Und was macht eine glückliche Katze, die gestreichelt wird und Katzenfutter von Spar bekommt? Hudi, jihau, juhu. Bist du sicher? Ja. Spar Katzennahrung. Dauerpreis nur 79 Pfennig. Stopp und Spar. Miau, miau. Juhu, juhu. Du, Bessie. Wie teilst du eigentlich unser Haushaltsgeld ein? Ich meine pinke, pinke mäßig. Hm? 30% Miete. 40% Essen. 40% Kleidung. Und 20% Vergnügungen. Ah ja. Moment mal. Das sind ja 130%? Ja. Leider. Neu? Hm, neu. Sacher Eiscreme. Köstlich, sahnig, verführerisch cremig. Sacher, der Anfang einer großen Leidenschaft. Hilf mal. Okay, mach ich. Oh, danke. Oh. Sag mal, Bessie, wieso stapelst du denn die Kisten nebeneinander und nicht aufeinander? Also hör mal, ich bin doch kein Hochstapler. Summer, 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 summer time. Hey, here comes the summer fun, shining down on me. Ice cold, 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 and summer fun, that's what I wanna be. Dancing to a different beat, red-hot music on the street. Summer, summer time. Can't beat the rhythm. Summer time. Yeah. It's cold, cold, and summer time. Can't beat the feeling. Gestern hab ich unsere Kuckucksuhr repariert. Und? Funktioniert sie jetzt wieder? Eigentlich schon. Nur jetzt kommt dauernd der Kuckuck raus und fragt, wie spät es ist. Wir haben beide langes Haar, gleiche Kleidung ist doch klar. Schokowaffeln haben wir dabei, so leicht und knusprig wie wir zwei. Oh, meine schmeckt gut. Und deine? Mh, meine schmeckt echt toll nach Milka-Schokolade. Milka wie Valila schmeckt das gerade durch zarte Alpenmilchschokolade. Die macht gewöhnliche Waffeln fit. Die Alpenmilch, das ist der Hit. Hier, die Valila macht dich an, wie es neue Schokolade aus Alpenmilch kann. Neu, Milka wie Valila schmeckt. Viva und ist Lila. Ah, mh, oh, Nusskuchen, ne? Was denkst du denn? Glaubst du, ich mach den Hundekuchen? Na, ja, na, eigentlich hab ich gedacht, äh. Eigentlich hab ich mir gedacht, Pustekuchen. Ich heiße Max Müller, bin Müller und stehe auf alles, was knusprig ist. Bei Knusperjoghurt von Müller malen sogar meine Zähne. Alles Müller oder was? Ja, ja, das Wandernis des Müllers Lust, der Mistkerl. Als ich noch seine schöne Müllerin war, da hat er lieber an mir geknuspert. Knusperjoghurt, alles Müller oder was? Hallo! Oui, oui, oui. Nun bestelle ich mein Mittagessen bereits zum fünften Mal. Zum fünften Mal? Das ist ja wunderbar, dass es Ihnen bei uns so gut es schmeckt. Zähne. Zähne. Vielen Dank.